Ja gut, ich war ja jetzt schon ein paar Mal da in England, auf der anderen Seite bei der Queen und da musste man ja mit dem Schiff von Calais aus, es ist in Frankreich, rüberfahre ich auch da und es geht auch schnell eine Stunde 15 Minuten, gut, wenn ich schwimmen da wäre ich natürlich noch schneller. Gut, da ist man da auf der Fährtruf und so Parkbuchsfahrerkollege, die wusste ja schon von mir, dass ich auch mal gezaubert habe, da war wieder einer dabei, der hat es nicht so geklappt und hat dann so mit mir da rumgemacht. Wir haben da rausgestanden an der Railing da, bei einer Stunde 15 Minuten brauchst du ja eine großartige Isolation, da hat er alles herumgemacht, ja zeig mir da mal einen Zaubertrick, zeig mir da mal einen Zaubertrick. Na ja, da habe ich ihn gefragt, wie viel Uhr ist es dann? Da hat er geguckt, wollte er auf seine Uhr gucken, auf so ein Ding, und während mir geschwärts zu haben, habe ich dann schon die Uhr entwendet, da hat er gefragt, wo ist da meine Uhr? Mann, ist da meine Uhr? Da habe ich gesagt, da hast du sie wieder in die Uhr wieder gegeben. Ach, da hat er gesagt, super, wie hast du das gemacht, zeig ich mir nach so einer, zeig ich mir nach so einer. Dann habe ich gesagt, du, ich gehe jetzt was trinken, ich habe jetzt kein Geld ausgesteckt, kannst du mir nur 5 Euro leihen. Und er sagte, ja klar, ich gebe mich 5 Euro, greifen Sie nach Hause da, ich will den Geldbeutel rausziehen, und er sagte, wo ist da mein Geldbeutel, wo ist da mein Geldbeutel, hat er gesagt. Und, ja, ein paar Minuten später auch, ich habe es so ein bisschen suchen lassen, dann habe ich den Geldbeutel wiedergegeben, wie ich so bin. Und er auch wieder rumgemacht, ja, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht? Ich habe gesagt, ich kann er zaubern, alles noch nicht, unglaublich. Ja, wir sind auf dem Schiff da, ich habe etwas getrunken, ein paar Minuten später, das Schiff geht unter, wir treiben beide nebenan, im Wasser auf so, und zwar auf die Flanke da. Da sagt man sich dazu, jetzt mache ich keinen Scheiß und gebe das Schiff wieder her. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.